Rahmen gestalten kräftig mit. In meinem Film zeige ich dir neue Ideen und Anwendungen dafür. Mit Rahmen lassen sich deine Fotos gut voneinander abgrenzen. Du kannst Texte oder auch Landkartenrahmen oder auch sehr tolle Effekte erzeugen. Aber der Reihe nach. Zum Rahmen von Fotos kannst du mit der rechten Maustaste arbeiten. Mit dem Rechtsklick öffnest du das Kontextmenü. Wähle hier Farbränder aus. Nimm die Einstellungen vor. Wähle die Breite und stelle dann eine Rahmenfarbe ein. Sollen diese Einstellungen nur für ein Foto gelten oder möchtest du gleich mehrere Fotos ändern? Dazu wählst du auf weitere Objekte anwenden aus. Nun kannst du festlegen, wo du ändern möchtest. Auf dem Einwand oder den Innenseiten, auf der aktuell sichtbaren Innenseite oder eben auf ganz bestimmten Seiten. Und auf wen du diese Einstellungen anwenden möchtest. Zum Beispiel auf Fotos ohne Masken und Rahmen oder Fotos mit Masken und Rahmen. Auf Texte oder auch Cliparts oder auch gern für Landkarten. Setze hier die Häkchen. Mit Fertig wird alles geändert. Rahmen sind jedoch auch für die Gestaltung deiner Seiten gut einsetzbar. Zum Beispiel als Innenrahmen oder als Rahmen um verschiedene Inhalte. Innenrahmen kannst du wie folgt erstellen. Ziehe ein Foto in den Arbeitsbereich. Rechtsklick. Wähle das Werkzeug Transparenz aus. Stelle bitte 100 Prozent ein. Das Bild wird durchsichtig, aber trotzdem lässt sich die Datei Rahmen. Werkzeug auswählen und Einstellungen vornehmen. Jetzt kann der Rahmen in einem Foto platziert werden und fertig ist ein Innenrahmen. Den Außenrahmen erstellst du genauso, nur wird er jetzt um die Objekte herum angeordnet. Platziere den Rahmen und lege dann in der Ebene den Rahmen nach hinten. Werkzeug, rechte Maustaste, Ebene nach hinten. Hier musst du sicher mehrfach klicken. Rahmen lassen sich auch in dem Auswahlbereich Masken und Rahmen finden. Hier kann übrigens oben links sortiert werden. Zieh dann den Wunschrahmen einfach auf dein Foto. Fertig. Besonders schön lässt es sich auch mit den Verläufen aus diesem Bereich arbeiten. Öffne dazu den Bereich Verläufe. Etwas weiter hinten in der Auswahl findest du dann diese Inhalte. Ziehe sie aufs Foto. Hier wird der Rand des Fotos transparent und das wirkt wie ein Rahmen. Gerade das Gestalten ist sehr effektvoll. Rahmen für farbige Flächen. Erstelle den Rahmen mit einem transparenten Foto wie eben beschrieben. Nun kann der Rahmen um die farbigen Flächen angeordnet werden und er dient so als einfache Linie. Ziehe ihn über den Seitenrand deiner Seite. Egal welcher Rahmen du verwendest, ich wünsche dir viel Spaß beim Gestalten.